Er meint, wir sind zu schwach. Jetzt zeigen wir ihm mal, wer hier zu schwach ist. So. Tja, da haben wir ihn mal von was anderem überzeugt. Ich bin, glaube ich, wieder viel zu laut. Aber ich muss auch ein bisschen gehen... Oh, 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 was hat denn das hier für Fische? Frische Fische, die Bomben werfen können. Und dann auch irgendeine Fähigkeit mit sich bringen. Oh, 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 oh. Oh, Kettensägen. Oh, 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 oh. Oh, aua. Scheißen Dreck, Alter, 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 Alter. Ja, aber Gold, Alter. Aber wir halten auch was aus. Wir teilen aus und halten auch was aus. Das ist gut. Aber Kettensägen, äh, 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 ach. Sägeblätter, ich sag immer Kettensägen. Kettensägen sind ja... Ring, ding, 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 ding. Und noch welche? Aber fies ist, dass jetzt alle Bomben werfen. Alle müssen Bomben werfen. Immer wieder Bomben werfen. Bomben, Bomben, Bombenangriff. Bomben, Bomben, Bombenangriff. So. Aber wir sind gestärkt... Äh, stärken. Alter. Wir sind stark genug, um die beiden und dreien hier alle niederzuregen. Ähm, okay. Alter. Alter. Hüpft doch. Hüpft doch. Was zum Henker ist das? Oh, das ist, äh, sehr schön. Ich glaub, wir sind hier nicht so wirklich erwünscht. Stampf, 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 stampf und stampf. Und dann sind wir durch. Erstmal ein Apfelsürfeind, den hat er hier von uns versteckt. Wahrscheinlich vergiftet. So. Hä? Was ist das denn? Alter, ich komm hier nicht rauf. Ach so, das fährt uns rauf. Aha. Ach, wie hätt ich's auch anders erwarten sollen. Hier kommen ja Feinde. Hey, Einschlag. Alter, lass mich. Wie können die uns eigentlich immer so liegt amischen? Das find ich fies. Alter, da kommen auch noch mehr. Das darf doch nicht sein. Aber zumindest haben wir schon mal zwei Prinzessinnen abgeschlabbert. Das entlohnt schon mal ungemein. So, und Schlagkugel, Schlagkugel, Schlagkugel. So, wir sind jetzt gleich mal oben. Ah, jetzt. Alter, ihr seid nervig. Ihr seid nervig. Hab ich schon mal gesagt, ihr seid nervig. Scheiße, ich wollte nicht groß werden. Naja. Oh, der hat auch so einen Vogel. Oh, scheiße, er ist stärker. Gut. Scheiße, ich hab gepubst. Wenn man pupst, geht die ganze Stärke aus einem Haus. Auf, auf mich einzuschlagen, Alter. Alter, der ist auch noch so schnell, der Knabe hier. Ich muss mal gucken. Hähnchenkolle, Hähnchenkolle war gut. Alter, lass mich. Alter, ich komm hier nicht raus. Lass mich. Alter. Da, immer wenn ich dachte, es geht nicht schlimmer. Hm. Ja, ich taktiere mich jetzt hier ein bisschen in der Weltgeschichte rum. Aber das packen wir schon irgendwie, irgendwann, irgendwo. Ja, ist das so schön. Irgendwie fängt irgendwann... Ah, schade, ich dachte, wir hätten ihn jetzt. Geht mir aus der Sonne. Auch wenn hier gerade keiner erscht. Nein. Ah, Algenrotze. Schade, wir hätten es fast geschafft, aber nur fast. Dafür sind wir bei Level aufgestiegen. Nee, doch nicht. Mein Auge juckt und ich dachte, da wäre jetzt der Screen gekommen. Screen. Gut, ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall ein paar Heiltränke zulegen. Hallo, Mensch. Müsse, bitte. Müsse, bitte. Müsse, bitte. Müsse, bitte. Müsse, bitte. Ja, ja, ja. Du bist sehr lustig. Und zwei und drei und vier und noch ein, komm, haben wir fünf. So. Und noch was. Danke für die Spenden. Ja, ja. Immer wieder gerne. Und deswegen, weil du so freundlich bist, mache ich den Tisch kaputt. So. So. Achso. Nein, jetzt bin ich aber mal ganz falsch. So. Hier rein wollte ich natürlich. Runde zwei. Ach, jetzt müssen wir das Tor wieder öffnen. Achso, nee, ist er offen. Ja, super. Müssen wir das nicht nochmal machen. Müssen wir das nicht nochmal machen. 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 Machen, 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 machen. Schuhen lassen, fasse ich das nicht an. Whee. Also die Fähigkeit würde ich auch gerne benutzen. So. Einmal durch den Lüfte geprügelt, dazu genügend. Du, 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 du. Wui. Wui. Die haben wir erledigt. Die beiden kommen jetzt als nächstes. Ja, das war doch klar. So, kommt. Zack. Zack. Du, 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 du. So, wie war das noch? Stampf, 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 Stampf. Stampf. so, wenigstens einen Leckton-Apfel und noch eine Ähnchenkeule, der Herr des Hauses weiß auf jeden Fall, wie man kocht oder kochen lässt so man, ich hoffe, wir kriegen genug Sold für den Scheiß, den wir hier fortbar beziehen mit wem wir hier uns alles rumprügeln müssen oh, sehr schön, uns haben wir alle auf einen Schlag geprügelt so, weg na, geht aber gut jetzt, ne so kam jetzt dieser große Knilch, ne, noch nicht äh, seit wann haben die Schraubenschlüssel, hab ich gar nicht drauf geachtet so abgucken wir ihn auch mal schön durch das ganze Level hier so, zack Alter, hör auf mich hier rumzuschmeißen so Alter, lass mich ich muss die Heizung mal schnell hier auf den richtigen Knopf fabrizieren so, jetzt haben wir aber durch die Hähnchenkolle noch ein bisschen was dazu gekriegt, oder? Alter, lass mich kackhaufen so, hallo neuer Feind du bist, äh, keine Ahnung was, aber äh, ich weiß auch nicht, ob du gut bist so ich nehm dich einfach mal mit ah, Herr königliches Künzenarsch oh okay oh oh ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was man hier machen musste Moment, ich glaub, man muss das Ding da abschießen äh, ah ja, genau geh weg, du mit deinen zwei Fingern ah ja, und die Dinger kaputt machen ah, lass mich oh fuck das ist nicht lustig das ist nicht lustig, hab ich gesagt so hehehehe so geh weg, du Hand geh weg ich hab gesagt, geh weg, du Fingerpfoten du Zeug, du große Hand so ähm das Ding ist schon ein bisschen schwieriger zu treffen aber wenn wir es treffen, dann hauen wir rein so das kommt halt wieder mit deinen zwei Fingern an da pack deine zwei Dreckspfoten weg weg ich hab gesagt, geh weg weg aua mein Haltrang eingeschmissen alter ich seh nicht, wo wir den treffen so und was ist es jetzt ah, jetzt ist es wieder Säure aber zum Glück ist das Ding jetzt nicht allzu stark und wir sind Level 20 aua, 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 aua ey, geh weg ey ich hab gesagt, geh weg fötchen ey, ich hau dir auf die Pfoten ja, und ich hab gesagt, ich hau dir auf die Pfoten so jetzt hat er nur noch diese komischen Dinge oh, jetzt schießt er Eis Splitter alter tja, mehr kannst du nicht mehr aufbringen äh, bieten du König du hält du gleich haben wir ihn gleich haben wir ihn gleich muss der König raus aus einem Witz na, wo ist der Best ich nehm den Schwitz ey he 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 weigelicht nein, nein, nein nein, nein, nein ach, Mann, no so, ach, die Dinger sind immer an nein, lass mich lass mich ach, ich gucke erstmal hier rein und oh, was ist das denn wir haben hier dieses Picke-Dingens sogar zweimal ähm dürfte ich das danke aha, okay hallo tschüssi und was haben wir hier aha wir gehen mal ein bisschen spannen und wir sehen eine süße Prinzessin sie weint und sie sieht, dass wir sind ein böses Eisding und wir haben dieses Fernglas di 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 26 Gegner haben wir gekillt 29 Gold haben wir nur gesammelt und 276 Erfahrungspunkte haben wir eingesicht äh gesichtet eingesichtet in unsere Körperleid und Seele so jetzt gehen wir mal wieder auf die Stärke so wo sind boah, wir haben jetzt schon so viel was brauchen wir denn eigentlich hier noch ich glaube wir haben schon alles, oder ich bin mir gar nicht so sicher diese Möwen sehen aber auch allerliebst aus ja ich hoffe wir gerne haben gerne απο sistema glaube ich ich wäre nicht always ipedia art ich auch ber